Hey Leute, hier sind wir heute mal unterbinden von den 2 Epic Buddies und heute... Oh mein Gott, ich fall runter. WTF, ich seh gar nichts, mit mir sind 1000 andere Gegner. Alles klar. Oh, oh, warte. Bei mir ist direkt der Arzt gewesen. Hey, ich kann die nicht totboxen, WTF. Die hat eine Waffe bekommen. Oh no. Es liegen hier random Waffen irgendwo rum. Und ja, jede will natürlich eine bekommen. Ich hab keine bekommen. Die hat einen Knife. Ja, moin. Ich bin tot. Äh, richtig geil. Das ist einfach King of the Kill in Black Ops 3. Nur ein bisschen simpler. Man spawnt irgendwo. Muss Waffen aussammeln und damit den Gegner so schnell wie möglich töten. Ich bin down. Ich kann nichts mehr machen. Ich hab mir gedacht, da lag eine Waffe am Boden. Ich hab mir gedacht, ich bin schneller, wenn ich den Gegner totboxe. Aber man kann ihn nicht totboxen. Belassen. Nee, doch. Mit 2 Mal. Nee, ich hab den Gegner 5 Mal von hinten geboxt, da ist nicht down gegangen. What? Ja. Alles klar, okay. So, 3 Leben noch, komm. Ja. Findet richtig viele Waffen, ist ja komio. Na, ich sehs grad. Ah, ein Todbringer. Lol. Alles klar, der kann auch ein Todbringer rumliegen. Ja, moin. Okay, 1 gegen 1 Mal gucken, wer gewinnt. Ich sag, Delta Hei gewinnt. Ich glaub, der hat mich sogar mit diesem Knife geholt. Oh, lol. Jetzt hat er nur noch das Knife. Oh, er gewinnt sogar, oder? Oh, fuck. Okay, nice. Erste Runde. Absolut daneben geschossen. Geht an Gomio. Mal gucken. Okay. Oh, wieder hier oben. Am Arsch der Welt. Ich hoffe, ich bekomme jetzt direkt eine Waffe. Oh, ich bin durchs Gebäude geflogen. Ja, nice. Ich hab eine Waffe. Butterfly. Hä? Ich hab einen abgestochen. Ich hab einen Dolch. Und... Ey. Natürlich spawnt einer neben mir mit einer... mit einer P90. Ja, moin. 50 Schuss. Alles klar. Ich hab eine P90 aufgehoben, die nicht nachgeladen war. Ja. Ja. Da liegen auch teilweise leere Waffen rum. Haha. Ja. So, wo? Ey. Okay. Leg eine Waffe. Oh, no. Der Gegner hat mich auch nicht totboxen können. Ja, moin. Okay, ich hab zwei Kills gemacht. Nice. Oh, ich camp jetzt erstmal in der Ecke. Ich will jetzt mal eine Runde gewinnen. Vielleicht find ich auch wo eine andere Waffe. Wär auch nice. Na, 20 Schuss sind aber schon mal gut. Ja, auf jeden Fall. Ich wette, der campt wieder hinten auf dem Spawner rum. Komm, du packst das. Nein, nein, da war einer. Oh, no. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der trifft gar nichts. Der trifft gar nichts. What the fuck? What the fuck? Auf jeden Fall, den Gegner konnte ich jetzt boxen. Ich wette, am Anfang gibt es eine Spawnprotection oder sowas. Richtig seltsam. Oh no. Es gibt mir viele Schuss. Oh no. Ja, was soll ich tun? Abgehoben. Das war der letzte sogar? Ja, das war der letzte. Oh, schade. So, ey, ich spawn immer wieder beim selben Punkt. Ja, gerade auch. Er hat eine Waffe bekommen. Er trifft nichts. Da liegt auch eine HG40. Oh. Ich habe einen Kill. Ich habe schon drei Kills. Oh, läuft doch. Der Fullhelm. Okay, zwei Kills. Ich will nicht zu viel Muni verballern. Oh fuck. Dieser Gomio ist zu krass. Wirklich? Ich gucke, wie die Kill kann man. Oh mein Gott, ich bin geneift worden. Ich habe eine Waffe bekommen. Theoretisch müsste direkt unter mir eine Waffe liegen. Mal gucken. Ja, ich hebe die auch immer auf. Ich habe eine. Nice. Das ist ein Double. Ich habe eine Shadow Claw. Oh, ich habe eine Venowar bekommen. Auch nice. Oh, Price Fight. Das ist alles klar. Oh, ich habe eine Bräcki bekommen. Nice. Ich bin nachsagen. Oh Gott. Er hat eine Raketenwerfer. Auf die Range habe ich... WTF. Die beste Waffe jetzt eigentlich dafür. Ist echt so. Oh nice. Okay. Wie viele leben noch? Nein, da draußen ist eine Achtung. Oh. Holy Shit. Okay. Es leben nicht mehr so viele. Eins gegen eins wieder. Mal gucken, wo der ist. Ne, hab ich nicht hingekriegt. Oh lol. Ja, nice. Er hat sogar einen Turn-On kassiert. Ja, und die erste Runde gewonnen. Richtig nice. Na, sieben Kills sogar. Was ist da los? Direkt am Anfang mit einer Man-O-War reingelackt. Und dann die Bräcke war natürlich auch nice. Erstmal wieder durch Steine fallen. Ja, nice. Das ist so ein Shit-Spawn. Ich spawne zwischen zehn Leuten. Hä? Alles klar, da geht nichts durch. Bist du down? Ja. Kein einziger Hitmarker, aber komm, ja moin. Kommt safe, gleich ein Knife-Runder wieder. Ja, das kann gut sein. Es gibt so viele Knives, die rumliegen. Komm schon. Die Runde gewinne ich. Ich bin gespannt. Gummiii. Nein, es war so klar, Mann. Oh Mann. Okay, komm. Oh nein, ich habe so einen Shit-Spawn. Da sind immer tausend Gegner. Aber mein Spawn hat sich leicht verändert. Oh no, ich habe auch diese DLC-Waffe bekommen, die neue. Oh mein Gott. Oh lol, habe ich Glück. Ich habe die Pharo bekommen und habe erstmal einen Triple-Kill gemacht. Nein. Oh, das bist du. Stirb. Wie viel erschluckst du? Ich habe sieben Hitmarker bekommen, ungelogen. Hä? Wie ging das? Ich bin tot. What the fuck? Kommt einer von hinten mit Shotgun. Ja, hat mich auch getötet. Hey, ich habe dir sieben Hitmarker gegeben. Ja, ich habe dir auch einige gedrückt. Ja, aber hä? Sind da mehr Leben eingestellt? Keine Ahnung. Okay, ich meine, du hattest die Pharo, das ist schon ordentlich scheiße. Na? Aber ich habe mir gedacht, meine macht gut Damage. Was hattest du für eine Waffe? Diese DLC-Waffe da. Die ganz neue. HX. Diese HX, glaube ich. HX. Genau, ja. Auf gehts. Dann gib mir die wieder direkt eine Waffe. Gib mir eine geile. Ich habe keine. Ich bekomme eine Axt. Er hat einen Knife. Ja, nice. Ich war First Death. TG. Ich habe mich einfach nicht... Oh, tot. Nein, du Fenster! Guck! Guck! Hä? Du hast gerade vier Boxer eingesteckt. Ja, Mann. Ich glaube, man hat mehr Leben. Das ist richtig seltsam. Vielleicht hat man mehr Leben und keine Regeneration. Ich weiß nicht. Oder vielleicht... Nein, ich glaube, Boxer ziehen weniger ab, weil es sonst so unfair wäre. Stimmt. Das kann auch sein, ja. Ich habe den dreckigsten Spawn überhaupt. Ich spawne immer in der Mitte von fünf Leuten. Ja, das ist echt freudig. Komm, habe ich eine Waffe? Ja, nice. Ich habe eine Shotgun. Perfekt. Und er kommt gleich boxen, der Hurensohn. Tschüss dich. Lebst du noch? Ich glaube weg. So. Es leben noch drei Gegner. Mal gucken, wo die sind. Oh, da war einer. Hallo. Jetzt habe ich zumindest wieder zwei starke Waffen. Wir hatten einen Raketenwerfer. Oh, fuck. Auf die Range. Ja, nice. Oh, no. Ich habe wieder live und werde direkt geboxt. Ich ziehe durch. Ich habe nicht ganz genau gesehen, dass du mit diesem Dreckspämmelteil da ankommst. Oh Gott. Wie viele ich aufgeschlitzt habe. Liegen hier noch Waffen rum? Ja, da liegt eine LK. Eine LK. Eine LK. Oh, eine Kimbo-Duell. Nice. Toll. Was mache ich jetzt? Sterben. Ja. Das ist egal. Was ist los bei ihm? Ich habe keine Waffe. Oh, lol. Jetzt habe ich eine. Ich werde schon vor 100 Seiten abgeschossen. Verpisst euch. Hey, Mann. Nein. Du musst dir mal die Killcam angucken. Oh, lol. Box-Duell. Nice. Und er kommt mit den Knife an. Abgehoben. Okay. Mal gucken, ob ich jetzt eine Waffe bekomme. Ich will eine Waffe. Ich habe keine. Ich bin tot. Ich habe eine Farmers bekommen. Ich habe einen Schlagring und bin tot. Nice. Okay. Komm. Gib mir nochmal eine Waffe. Ich will mal gewinnen, Mann. Oh, ich habe eine Peacekeeper. Boah, die Gegend schmetten so viel. Ich habe eine Man-O-War hier. Oh, zwei Kills schon. Nice. Oh, ich habe fast keine Muni mehr. Oh, no. Ich habe eine schöne Man-O-War. Boah. Was? Wirklich? Warte. Die Runde gewinne ich. Ja, Man-O-War ist ziemlich stark. Ja, Mann. Und das mit 55 Schuss ist einiges. Ich wette, ich werde wieder keine Hilfe. Oh, Gott. Wie der reingelackt ist aus der Hüfte. Ja. Alles gut. Ich bin aus der Hüfte. Nein. Er trifft nichts. Oh, Gott. So, du hast jetzt ein 1 gegen 1 gegen deinen best Homie. Oh, nein. Gegen Gummio, Mann. Ey, fuck. Ich will nicht gegen den. Ey, es war so klar, Mann. Du kleiner Wichser, Mann. Nein. Du Hure. Skitzen. Ah, fast. So, Leute. Wir haben gesagt, wir machen nochmal jetzt eine Runde auf Hunted. Mal gucken, ob ich Glück habe. Wir spawnen in mir fünf Leute. Ich habe eine VMP bekommen. Ich sehe keine Waffe, Mann. Oh, ich habe eine SVG und bin tot. Ja, nice. Einster gestorben. Ich glaube, ich habe so ziemlich den gechilltesten Spot überhaupt bekommen. Bei mir war keiner. In mir sind vier Leute gespawnt. Und alle hatten Waffen, bis auf ich. Warte, ich rieche da ein paar Freakills. Guckst du dir an? Ein Schuss. Ein Freakills. Da war eine Argus. Wo war die? Eiss. Ein um den Baseballschläger. Das sind alle auf der Seite, wo du gerade reinläufst. Okay. Was rauht denn nicht mal in dir? Ja. Egal. So, vielleicht schon mal. Vielleicht habe ich jetzt mehr Glück. Oh Gott, ich sehe so viele Schatten bei mir. Ja, ich auch. Oh, ich habe eine Waffe. Drei Schuss. Keine Chance. Ich habe keine. Ich werde geneift. Ich habe die mit Abstand schlechteste Waffe bekommen. Oh Gott. Besser als keine, Mann. Ja, das schon. Da ist wieder eine. Oh, Lefty. Oh, no. Und da habe ich einen Gegner gesehen. Oh, nice. Oh, nein. Nicht neifen. Oh Gott, war das knapp. Das war richtig knapp. Komm, die Runde gewinnst du. Ja, mal gucken. 20 Schuss ist ordentlich. Aber die Waffe ist trotzdem kacke. Oh, no. Ich bin tot. Ja. Boxhandschuhe. Nice. Aufs Maul bekommen. Ich habe seine Sicht gesehen. Komplett trocken ins Gesicht. Ja. So, Leute. Das war es wieder von diesem geilen Spiel Modus King of the Kill, hieß er, glaube ich. Ja. War auf jeden Fall ganz nice. Ein bisschen random. Mama hat Bock gemacht. Wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da und guckt gerne mal bei unserem Sponsor bei MMOQA. Dort gibt es richtig günstige Spiele zu holen. Der nächste Link. Und ja. Ansonsten, haupten hast du noch was? Ne. Ich würde sagen, wir sehen uns wie immer beim nächsten Video. Haut rein und ciao. 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 Vielen Dank.